Die dritte Grenze der Schaltung ergibt sich daraus, dass ein Transistor überhitzen kann. Wie jedes andere Bauteil auch, wird ein Transistor warm, wenn Strom durchfließt. Oder etwas fachmännischer ausgedrückt, ein Transistor setzt elektrische Leistungen in Wärme um. Das tun Widerstände letztlich auch, das tut nahezu jedes elektrische Bauteil. In der Ausnahme bilden da vielleicht ideale Kondensatoren, da kann man dann drüber reden, dass die sich nicht erhitzen und dass die auch keine echte Leistung umsetzen. Aber das soll jetzt nicht jedes Thema sein. Wir müssen uns also erstmal überlegen, wie man überhaupt die einem Transistor zugeführte Leistung bestimmen soll. Also wie hängt die überhaupt mit den Schaltungsgegebenheiten ab? Dazu malen wir uns nochmal das Schaltsymbol des Transistors hin. Und überlegen jetzt mal, welche Spannungen und Ströme wir hatten. Erstmal zur Erinnerung, Leistung grundsätzlich ganz allgemein ist sowas wie U mal I. Also Spannung mal Strom. Jetzt haben wir aber ein Problem. Beziehungsweise ist das jetzt erstmal hier etwas undurchsichtig, denn wir haben hier einen Kollektorstrom und eine Kollektor-Emitter-Spannung. Wir haben aber auch eine Basis-Emitter-Spannung und einen Basis-Strom. Um welche U's und welche I's geht es jetzt hier eigentlich? Und das ist eigentlich relativ simpel zu beantworten, um alle. Und zwar kann man die Leistung, die in einem Transistor umgesetzt wird, ich nenne sie mal PT für Leistung am Transistor, so interpretieren, dass man einfach beide Leistungen addiert. Und zwar die Leistung, die quasi an der Basis-Emitter-Strecke abfällt und die Leistung, die an der Kollektor-Emitter-Strecke abfällt. Das heißt, man könnte jetzt hier hingehen oder man könnte nicht, man tut das und das ist auch richtig. Man könnte sagen, die zugeführte Leistung ergibt sich aus UBE mal IB plus UCE mal IC. Das ist die Leistung, die ich einem Transistor zuführe und die er in Wärme umwandeln muss. Und wie so oft bei Transistoren kann man auch das wieder nähern, nämlich nochmal zur Erinnerung, wir haben vielleicht eine Stromverstärkung, die so in der Kategorie 100 liegt, bis vielleicht noch mehr. Das bedeutet, dass der Basis-Strom um den Faktor 100 kleiner als der Kollektor-Strom ist. Oder anders formuliert könnten wir das auch so hinschreiben. Die Leistung setzt sich zusammen aus der Spannung UBE mal dem Kollektor-Strom, wobei wir den jetzt noch durch B teilen müssen, dann haben wir den Basis-Strom. Plus eben UCE mal IC. Und jetzt können wir hier mal Abschätzungen machen und können uns überlegen, dass höchstwahrscheinlich dieser Ausdruck hier IC durch B multipliziert mit UBE, das sind ungefähr 0,7 Volt, haben wir ja immer mitgerechnet, dass dieser Ausdruck hier dadurch, dass wir durch diese relativ große Stromverstärkung von 100 teilen, höchstwahrscheinlich viel, viel kleiner sein wird als das hier. Damit können wir jetzt nähern und können sagen, die Leistung, die an so einem Transistor umgesetzt wird, ist ungefähr, zwar nicht ganz genau, aber ungefähr UCE mal IC. Denn wenn wir jetzt nochmal überlegen, dass wir uns ja jetzt gerade den Transistor wieder im Stromverstärkerbetrieb angucken, dann hatten wir ja gesagt, dass UCE, ich hoffe, dass es erkennbar ist, dass hier UCE steht, ich mache es nochmal richtig, dass UCE ungefähr 0,6 Volt nicht unterschreiten soll. Hier UCE Min sind 0,6 Volt und da sollen wir nicht drunter. Das heißt, UCE ist ungefähr so groß, minimal so groß wie UBE. Und wenn ich jetzt sage, die sind ungefähr gleich groß im minimalsten Fall, dann ist dieser Ausdruck hier immer noch um den Faktor B ca. kleiner als der andere und kann deshalb entspannt vernachlässigt werden. Das heißt, die Leistung, die ein Transistor umsetzt, die wird im Wesentlichen zwischen der Kollektor-Amitter-Strecke und damit mit dem Kollektorstrom umgesetzt. Wenn man jetzt in Datenblättern von Transistoren guckt und weil wir ihn jetzt schon so oft hatten, nehme ich hier wieder diesen BC546, dann findet man irgendwo in den Datenblättern immer einen Abschnitt, wo es genau darum geht, nämlich da gibt es so etwas wie Power Dissipation, das heißt so viel wie Leistungsaufnahme. Und die wird bei allen Transistoren angegeben und beschreibt eben, wie viel Leistung in so einem Transistor umgesetzt werden darf. Was dazu auch immer angegeben wird, ist die Umgebungstemperatur. Denn man muss sich jetzt vorstellen, dass der Transistor sich erwärmt und dadurch Wärme an seiner Umgebung abgibt. Wenn die Umgebung jetzt allerdings sehr heiß ist, dann kann er diese Wärme schlechter abgeben. Damit sinkt die maximale Leistung, die er noch umsetzen kann. Wenn wir hingegen eine Umgebung haben, die sehr, sehr kühl ist, dann könnte die sich auch merklich erhöhen. Das ist auch ein Grund, weshalb Transistoren gerne mal gekühlt werden. Also man sieht das häufiger mal, dass Transistoren auf Kühlkörpern hängen, die eben dafür da sind, quasi diese Umgebungstemperatur künstlich runterzudrücken und dafür zu sorgen, dass der Transistor diese Wärme besser abführen kann. In unserem Beispiel hier haben wir diesen BC546 und der hat eine maximale Leistungsaufnahme von einem halben Watt, also 500 mW. nimmt er mehr auf, wird er zu heiß und kann dann durchaus beschädigt werden oder halt auch sehr schnell kaputt gehen. Darauf sollte man auch bei jedem Design jeder Transistorschaltung eigentlich achten, dass das hier eingehalten wird. Wir müssen jetzt also überprüfen, wie groß die Leistung, die unser Transistor in unserer Schaltung aufnimmt, überhaupt werden kann. Und wie groß die Leistung ist, die der Transistor aufnehmen muss, hängt im Wesentlichen davon ab, wie stark er durchgesteuert ist. Also hängt davon ab, was eigentlich UE gerade tut. Es kann jetzt zum Beispiel Fälle geben für UE, wo die Leistung am Transistor unbedenklich ist. Es kann aber auch Fälle für UE geben, wo die Leistung am Transistor eben das Maximum überschreitet. Dazu müssen wir uns jetzt erstmal überlegen, wie hängt denn überhaupt die Leistung des Transistors von den Schaltungsbedingungen ab und wie können wir dafür sorgen, dass für alle Schaltungsbedingungen eben diese Maximalleistung eingehalten wird. Dazu nochmal zur Erinnerung, die Kollektor-Emitter-Spannung setzte sich ja zusammen, das kann man hier glaube ich immer noch relativ gut sehen und hat man jetzt auch mehrfach gesagt, aus Betriebsspannung, Last und Spannung am Emitter-Widerstand, also genau genommen so, aus der Betriebsspannung minus der Spannung an der Last minus der Spannung über dem Emitter-Widerstand RE, das ist die Spannung UCE. Und da wir ja die Transistorleistung haben wollen, beziehungsweise die Leistung, die am Transistor abfällt, müssen wir das Ganze jetzt noch mit IC multiplizieren, das heißt die Leistung am Transistor ist gleich die Betriebsspannung minus die Spannung an der Last minus die Spannung am Widerstand RE und das Ganze multipliziert mit IC. Das liest sich jetzt vielleicht im ersten Moment relativ einfach, ja, setz halt IC ein, setz halt die Spannungen ein und dann kriegst du raus, ob es passt oder nicht. Unser Problem an der Stelle ist allerdings, dass sowohl UL als auch URE ja wiederum von IC abhängen. Und um das jetzt mal in Formeln ein bisschen greifbar zu kriegen, unterscheiden wir jetzt mal zwei Fälle und zwar sind die Fälle abhängig von der Eigenschaft der Last. Und zwar gucken wir uns einmal an Fall 1, wir nehmen an, wir haben eine sogenannte Ohmsche Last. Ohmsche Last soll an der Stelle heißen, die Last verhält sich wie ein Ohmscher Widerstand, das wäre ungefähr das, was wir hier hingezeichnet haben, also wir haben einen Widerstand RL und je nach Größe dieses RLs funktioniert es vielleicht oder auch nicht. Und Fall 2, das wäre ein Fall, den haben wir quasi schon mal abgegrast und zwar der Fall mit den Dioden. Bei den Dioden, also bei den LEDs oben im Lastkreis war es so, dass deren Spannung nahezu konstant war. Wir erinnern uns, an einer Diode fallen immer so und so viel Volt ab, relativ unabhängig vom Strom. Natürlich nicht in Detailbetrachtung, aber für gewisse, also ab einer gewissen Schwellspannung steigt der Strom rapide an. Das heißt, wir haben weite Teile, wo ein großer, großer, unterschiedlicher Strom fließen kann, wo die Spannung aber näherungsweise konstant bleibt. Deswegen nehme ich hier mal im Fall 2 an, UL ist nahezu konstant. Und diese beiden Fälle führen jetzt zu völlig anderen Ergebnissen und das gucken wir uns jetzt auf der nächsten Seite mal an. Also betrachten wir Fall 1, die Ohmsche Last. Ohmsche Last heißt, wie gesagt, wir haben einen Widerstand im Lastkreis und damit ist die Spannung an der Last gleich dem Kollektorstrom mal dem Lastwiderstand. Das können wir jetzt nochmal aufschreiben und können sagen, die Spannung am Transistor, äh, die Leistung, die der Transistor aufnimmt, ist gleich die Kollektor-Ameterspannung mal dem Kollektorstrom. Und das ist jetzt nichts anderes als die Betriebsspannung minus die Spannung an der Last. Die Spannung an der Last ist aber genau das hier. Das heißt, minus IC mal RL minus die Spannung an dem Widerstand unten Die Spannung an dem Widerstand RE ist aber nichts anderes als der Kollektorstrom mal RE. Das hier ist jetzt quasi das, was UCE ist. Und das Ganze müssen wir multiplizieren mit IC. Und was wir hier jetzt erkennen können, ist, dass wir eine quadratische Gleichung kriegen. Die Frage ist nämlich jetzt, für welchen Kollektorstrom wird die Leistung am Transistor maximal? Wir sehen, wir haben nur Konstanten in der Gleichung. Das Einzige, was variabel ist, ist der Kollektorstrom. Das Ganze können wir auch noch ein bisschen umformen. Und zwar können wir ja das mal sortieren. Wir haben einmal UB. Das ist eine Konstante. Das ist die Spannungsversorgung. Die ändert sich nicht. Die nehme ich und multipliziere sie hier hinten mit IC. Und wir haben den Lastwiderstand und den Emitterwiderstand, wo jeweils IC durchfließen. Und das Ganze kann ich dann wie folgt hinschreiben. Ich hoffe, das ist ersichtlich. Ich kann hier jetzt hinschreiben, das ist RL plus RE. Und das Ganze mal IC Quadrat. Deshalb, weil hier ein Minuszeichen steht, hier ein Minuszeichen steht. Das Minus habe ich vorgezogen und habe IC bei RL und RE ausgeklammert. Was ich jetzt kriege, ist eine quadratische Gleichung. Diese quadratische Gleichung ist jetzt vom Typ, ich sage jetzt mal B mal X. Das B ist das UB minus RL mal RE, also irgendein Vorfaktor mal X Quadrat. Wenn man sich jetzt nochmal an Schulmathematik zurückerinnert, wird man sich vielleicht erinnern, wenn ich hier ein Minus irgendwas X Quadrat stehen habe, ist das eine Parabel, die nach oben geschlossen ist. Also irgendwie sowas. Und dieser Faktor B hier nimmt letztlich Einfluss darauf, wo diese Parabel im Koordinatensystem liegt. Was wir jetzt also sehen, ist im Prinzip eine Parabel. Ich male sie nochmal eine Nummer schöner hin. Das ist nun wirklich exorbitant hässlich für eine Parabel. Also vielleicht eher so. Es ist etwas besser. Und die liegt jetzt irgendwo im Koordinatensystem. Und mein Koordinatensystem hat als Achsenbeschriftung auf der X-Achse jetzt den Kollektorstrom und auf der Y-Achse die Leistung des Transistors. Was klar ist und was man auch oben relativ leicht sieht, ist, wenn der Kollektorstrom 0 ist, dann ist auch die Leistung 0. Das heißt, meine Parabel schneidet den Koordinatenursprung. Was wir jetzt auch sehen ist, wenn wir die Werte für X sehr groß machen, landen wir wieder weiter hier unten. Und es gibt jetzt irgendwo ein Maximum. Und das hier ist die maximale Leistung, die der Transistor aufnehmen kann. Und da müssen wir jetzt eben dafür sorgen, dass die nach Datenblatt jetzt für unser Beispiel 500 mW nicht überschreitet. Jetzt stellt sich allerdings die Frage, welcher IC ist das hier? Also, bei welchem IC fließt, oder nicht fließt diese Leistung, bei welchem IC fällt die maximale Leistung am Transistor ab? Und wenn ich den gefunden habe, was ist dann die maximale Leistung? Und um das jetzt auszurechnen, kommen wir fast nicht drum rum, außer mit mathematischer Trickserei, die genauso unverständlich ist, uns mal daran zu erinnern, wie man eigentlich das Maximum von Kurven finden kann. Und wir befinden uns dann relativ schnell in der Oberstufenmathematik oder Ende-Mittelstufenmathematik, wo es darum ging, Ableitungen zu bilden und irgendwas null zu setzen und so weiter. Und genau das tun wir jetzt mal. Um jetzt mathematisch korrekt zu bleiben, habe ich das dann mal ausführlich hingeschrieben, nämlich pt in Abhängigkeit von IC. Das heißt, unsere Leistung hängt von IC ab. IC ist unsere Variable. Was muss ich machen, um ein Maximum zu finden? Ich muss den Ausdruck ableiten, von dem ich das Maximum finden will, und die Ableitung null setzen. Das Ding hier abzuleiten, ist relativ simpel. Hier steht so etwas wie A mal X. Das muss ich nach X ableiten. Dann fällt das X einfach weg. Das heißt, es bleibt die Konstante UB stehen. Also nochmal, ich weiß nicht, wie ihr die Notation kennt. Ich kenne sie als Strich. Also pt Strich soll heißen, Ableitung von pt nach ic. Man kann das auch schreiben als d nach dic pt. Das geht auch. Dann muss ich hier formal wieder ic einsetzen. Da mir diese Notation zu aufwendig ist, nehme ich hier mal rechts die daneben. Die finde ich schöner. Gut, aber nochmal hier hin. Das Ding abgeleitet nach ic ist nichts anderes als ub selbst. Und hier habe ich wieder einen Vorfaktor. Der Vorfaktor ist RL plus RE. Der hängt nicht von ic ab. Deswegen ist es einfach ein konstanter Vorfaktor. Der bleibt stehen. Und ich muss ic Quadrat ableiten. ic Quadrat ist aber nichts anderes als, ja, eben x Quadrat und x Quadrat abgeleitet ist 2 mal x. Also steht hier 2 mal ic. Das war es schon. Und dieser Ausdruck hier, erinnert euch an die Notation mit dem Ausrufezeichen, soll jetzt 0 sein. Das heißt, wir müssen diesen Ausdruck nehmen und so umformen, dass 0 rauskommt, beziehungsweise das ic suchen, für das 0 rauskommt. Wenn ich das jetzt mache, kann ich im nächsten Schritt erstmal hingehen und sagen, ich nehme diesen Ausdruck hier, weil er negativ da steht und packe ihn auf die andere Seite. Dann hätte ich in der nächsten Zeile so etwas stehen wie uB ist gleich 2 mal RL plus RE mal IC und wenn ich das nach IC auflösen will, teile ich einfach durch 2 mal RL plus RE. Das war es dann auch eigentlich schon. Also steht dann hier, der Kollektorstrom, bei dem sich maximale Leistung einstellt, ist Betriebsspannung geteilt durch 2 mal RL plus RE. Jetzt könnten wahrscheinlich Einwände kommen, nämlich, ja, wie sieht es denn aus? Ist das jetzt ein Minimum? Ist das ein Maximum? Muss ich nicht die zweite Ableitung noch bilden und dann nachgucken? Die Einwände sind prinzipiell, wenn man gar nichts von der Funktion vorher wüsste, zwar richtig, aber wir erinnern uns vielleicht, wir hatten ja eben grob die Funktion schon mal skizziert, das ist eine Parabel, die falsch rum ist, also eine Parabel nach unten offen. Die besitzt genau ein globales Maximum, nämlich dieses hier und die besitzt keine globalen Minima, denn sie geht nach unten, bis nach unten ins Minus und Endliche und das beliebig lang und beliebig weit. Das heißt, egal, was ich hier für einen kritischen Punkt finde in der ersten Ableitung, es muss dieses globale Maximum sein, es gibt gar keine anderen kritischen Punkte auf dieser Funktion. Das nur für die Leute, die hier einen nicht ganz unberechtigten Einwand vorbringen, dass das hier schon alles ausreicht. Aber tut es. So, das ist also der Kollektorstrom, bei dem sich maximale Leistung einstellt. Das heißt, wir haben den Punkt auf der Parabel gefunden, auf der x-Achse. Jetzt wollen wir noch wissen, wie groß denn die Leistung an diesem Punkt ist. Dann setzen wir das Ganze also ein. Also die maximale Leistung, ich nenne sie mal PTmax, ist die Leistung für diesen Kollektorstrom. Ist, wenn wir jetzt alles hier korrekt einsetzen oder auch hier korrekt einsetzen, ich glaube, die zweite Variante ist fast schöner. Ja, ich nehme die zweite. Ist dann folgendes, UB mal diesen Ausdruck, also UB mal IC, ist dann UB Quadrat im Zähler. Hier steht ein UB und es kommt nochmal ein UB dazu. Geteilt durch 2 mal RL plus RE. Achtung, Klammern nicht vergessen. Das ist der, Minus, jetzt kommt das Ding, Minus RL plus RE im Zähler, weil es da schon steht. Klammert. Und jetzt kommt IC Quadrat da hinten dran als Multiplikation. IC Quadrat ist UB Quadrat durch 2 Quadrat mal RL plus RE Quadrat. Also steht hier jetzt UB Quadrat. Durch 2 Quadrat ist 4. RL plus RE Quadrat baue ich nicht auseinander, lasse ich erstmal so stehen. Und wir sehen vielleicht, dass man jetzt RL und RE kürzen kann. Also diese Klammer kann ich einmal gegen diese Klammer kürzen. Was ich jetzt auch sehe, ich habe hier oben UB Quadrat, ich habe hier UB Quadrat. Ich habe hier unten RL plus RE, ich habe hier RL plus RE. Das kann ich alles ausklammern. Ich mache das hier ein bisschen im Schnellverfahren. Im Detail kann man das vielleicht selber nochmal nachvollziehen, wenn es nötig ist. Das heißt, was wir hier stehen haben, ist eigentlich folgendes. UB Quadrat durch RL plus RE. Das ist das, was gleich ist. Das kann ich ausklammern. Und dann bleibt von dem ersten Term noch, oh, ich habe hier Minuszeichen vergessen, von diesem Term noch ein 1,5 übrig. Und von diesem Term noch ein 1,25. Und jetzt weiß man vielleicht, was 1,5 minus 1,25 ist. Das ist 1,25. Also kommt hier raus, UB Quadrat durch 4 mal RL plus RE. Das ist die maximale Leistung, die im Falle einer Ohmschen Last am Transistor auftreten kann. Und wir müssten jetzt eben überprüfen, ob das so funktioniert oder ob das eben nicht funktioniert. Wenn dieser Wert jetzt größer ist, als in unserem Beispiel 500 Milliwatt, dann würde es nicht funktionieren. Wenn er kleiner ist als 500 Milliwatt, dann würde es funktionieren. Was wir hier dran allerdings sehen können, ist, dass die Betriebsspannung hier einen sehr, sehr wesentlichen Faktor einnimmt. Und zwar steht hier ein UB Quadrat drin. Das heißt, wenn dieses Ding doppelt so groß wird, also wenn ich die Betriebsspannung doppelt so groß mache, dann fällt sofort vierfache Leistung auch an meinem Transistor ab. Oder umgekehrt, wenn mein Transistor nicht genug Leistung aushält, kann ich die Betriebsspannung nicht beliebig hochfahren. Und das ist kritisch. Was ich hier auch noch sehe, ist, wenn RL und RE sehr groß werden, dann bleibt für den Transistor deutlich weniger Leistung übrig und ich liege da eher im sicheren Bereich. Oder auch wiederum anders formuliert, wenn ich den RE oder den RL zu klein wähle, dann fällt wieder zu viel Leistung an dem Transistor ab. Also wir sehen, wir haben jetzt wieder Stellschrauben, um diese Gleichung einzuhalten. Im zweiten Fall haben wir dann mal angenommen, dass die Spannung an der Last nahezu konstant bleibt. Das wäre unser Beispiel mit den LEDs als Last gewesen. Da haben wir ja gesehen, da sind 3,45 Volt circa konstant vorhanden. Wenn wir das jetzt annehmen, dann kriegen wir einen etwas anderen Ausdruck. Der sieht auf den ersten Blick nahezu gleich aus. Aber der feine Unterschied ist, dieses UL hier ist jetzt nicht mehr ein IC mal RL, sondern ist eine Konstante. Damit wird es eigentlich fast ein bisschen einfacher. Wir sehen, dass der Kollektorstrom wieder hier auftaucht und da auftaucht. Und jetzt machen wir das gleiche Spiel wie eben. Nämlich wir bauen uns die Gleichung Leistung am Transistor in Abhängigkeit von IC. Und ich nehme jetzt mal den Ausdruck hier und forme den etwas um. Wir sehen, hier hängt was von IC ab und da nicht. Also fasse ich diese Gruppen zusammen. Ich kann jetzt also hinschreiben UB minus UL. Wie gesagt, UL hängt nicht von IC ab. Das nehme ich und multipliziere es mit IC. Das ist quasi jetzt der erste Teil der Klammer. Also das hier mit dem. Und im zweiten Term nehme ich das und multipliziere es mit dem. Was da also rauskommt, ist minus RE mal IC Quadrat. Was wir hier jetzt sehen ist, dass der Gleichungstyp eigentlich das Gleiche ist wie vorher. Wir haben wieder eine Parabel. Also wir haben hier einen IC Quadrat Term. Der hat ein negatives Vorzeichen und einen Vorfaktor. Das heißt, was wir hier rauskriegen vom Typ her, sieht ziemlich identisch aus. Und zwar ist das wieder eine Parabel, die irgendwo so liegt und wieder ein Maximum hat. Und das suchen wir jetzt. Also wir suchen jetzt wieder diesen Strom hier. Welcher Strom hier muss fließen und welches Maximum erzeugt der? Also Gleichungsstruktur ist fast dieselbe. Also funktioniert auch alles gleich wie eben. Wir leiten also wieder ab. Wie gesagt, in meiner Strichschreibweise wer da D nach DIC vorschreiben will, kann das gerne tun. Also P' T von IC ist nichts anderes als ja, nimm diesen Ausdruck, leite ihn nach IC ab. Das hier ist eine Konstante, bleibt einfach stehen. Also ist ein Vorfaktor und deshalb bleibt einfach stehen. Und IC nach IC abgeleitet ist 1. Also haben wir nur noch die Konstante. Und im zweiten Ausdruck haben wir jetzt den RE als Vorfaktor. Der bleibt stehen. Und IC Quadrat nach IC abgeleitet ist nichts anderes als 2 mal IC. Und auch hier gehen wir jetzt wieder hin und suchen dieses globale Maximum und gehen also hin und setzen diesen Ausdruck gleich 0. Wenn wir diesen Ausdruck gleich 0 setzen, kriegen wir nach Umformerei wieder folgendes raus. Also ich nehme den, schiebe den auf die andere Seite. Danach teile ich durch, ja nicht durch minus 2 RE, sondern nur durch die 2 RE. Und was ich dann rauskriege, ist IC gleich UB minus UL geteilt durch 2 mal RE. Das ist der Kollektorstrom, bei dem am Transistor maximale Leistung abfällt. Diesen Kollektorstrom nehme ich jetzt wieder und setze ihn wieder oben in die Gleichung für PT ein und weiß dann, welche maximale Leistung am Transistor abfallen kann. Also PT Max ist jetzt folgendes, ja, wenn ich den nehme und da einsetze, kriege ich im Zähler ein UB minus UL. Das stand da vorher schon und jetzt kommt noch mal eins von dem IC dazu, weil es hier ja auch im Zähler steht, also habe ich ein Quadrat und teile das durch 2 RE. Das ist der erste Ausdruck und der zweite Ausdruck ist ein RE. was da vorher schon stand und das multipliziere ich mit IC Quadrat. IC ist UB minus UL im Zähler. Das muss ich quadrieren, weil IC Quadrat und entsprechend den Nenner quadriere ich auch. 2 RE quadriert ist 4 RE Quadrat. Und jetzt erkennt man, dass da so etwas Ähnliches passiert wie im Beispiel eben, nämlich hier kürze ich einmal das RE raus gegen das Quadrat, was ich gerade vergessen habe, hinzuschreiben. also es kürzt sich aber wieder raus und jetzt sieht man, dass man wieder ausklammern kann und so etwas Ähnliches rauskommt wie eben. Ich kann jetzt wieder UB minus UL Quadrat ausklammern. ich kann auch den RE im Nenner ausklammern. Und was noch übrig bleibt, ist ein Halb aus dem ersten Term und wieder ein Viertel im zweiten Term und das hatten wir eben schon mal gesagt, ein Halb minus ein Viertel ist ein Viertel. Also steht hier nur noch UB minus UL zum Quadrat durch 4 RE. Und wir sehen jetzt noch mal im Vergleich, was vorher rauskam, also mit einer umschen Last kommt UB Quadrat durch 4 RL dann als Lastwiderstand plus RE raus. Wenn ich sage, die Last hat eine konstante Spannung, weil sie quasi in Widerstand konstant mit verändert, wie es eine LED tun würde, nahezu, dann kriege ich hier raus UB minus UL durch, also quadriert durch 4 RE. Wir sehen, es kommen nur noch Größen raus, die wir kennen. Wir kennen die Betriebsspannung gegebenenfalls oder müssen die auswählen, eins von beidem, je nachdem, ob wir Analyse betreiben oder Schaltungssynthese. Wir kennen die Spannung an der Last, hoffentlich, die gibt uns das Datenblatt her und wir haben den Emitterwiderstand vielleicht dimensioniert oder müssen jetzt berücksichtigen, dass der auch wirklich passt. Dazu auch nochmal zwei Beispiele. Im Beispiel 1 haben wir die Ohmsche Last und haben als Lastwiderstand 350 Ohm, als Emitterwiderstand 70 Ohm und als Betriebsspannung 9 Volt. Und damit kriegen wir für die maximale Leistung, die am Transistor abfallen kann, UB Quadrat sind 81 Volt Quadrat durch 4 mal, so jetzt haben wir RL, das sind 350, RE sind 70, 70 plus 350 sind 420, also 4 mal 420 Ohm. Das wiederum sind 81 Volt Quadrat durch 1680 Ohm. Und jetzt kann ich entweder den Taschenrechner zücken oder ich kann grob schätzen und sagen, naja gut, 1680 sind ja nichts anderes als zweimal 840 Ohm und 840 und 81, naja, das ist ein groben Zehntel, also wird hier etwas weniger rauskommen als ein Zehntel, also höchstwahrscheinlich sowas wie, ja, 48 Milli Watt oder irgendwie sowas wird die Richtung sein. Damit wäre der Transistor aber sowas von einem sicheren Bereich und es würde wahrscheinlich nichts passieren. Ich weiß nicht mal, ob er überhaupt merklich warm werden würde bei dieser geringen Leistung. Wohlgemerkt, das ist jetzt die maximale Leistung, die jemals an diesem Transistor abfällt und das ist wirklich nicht viel. Um das Ganze jetzt wieder mal zu überprüfen, schmeißen wir die ganze Schaltung nochmal ein Multisim rein, das ist eine, die wir schon mal hatten, auch mit gleichen Werten, also wir haben hier 350 Ohm Lastwiderstand, 70 Ohm Emitterwiderstand, haben eine Spannungsversorgung von 9 Volt und jetzt können wir uns sogar direkt die Leistung, die der Transistor umsetzt, anzeigen lassen. Das ist eine Sache, die findet man nicht direkt oder vielleicht muss man mal darauf gestoßen werden. Was wir auf jeden Fall wieder machen, ist, wir variieren diese Eingangsspannung, durch die Eingangsspannung wird der Kollektorstrom variiert. Wir könnten uns das jetzt auch theoretisch umbauen auf Kollektorstrom, will ich jetzt aber gar nicht, sondern wir bauen uns das so um, dass wir an der Eingangsspannung drehen. Die variiert wieder von 0 bis 3 Volt. Wir hatten gesehen in dieser Schaltung, das ist der Bereich, ab dem auf jeden Fall die Schaltung hinterher auch nicht mehr funktioniert. Das heißt, das ist der komplette interessierte Bereich oder interessante Bereich, den wir haben. Und was wir uns jetzt anders als sonst anzeigen lassen, ist nicht irgendein Marker, den wir hier reingesetzt haben, also irgendeinen Tastkopf, sondern wir können uns hier auch ganz andere Variablen anzeigen lassen. Da finden wir zum Beispiel Ströme in den Transistor. Wir können uns hier zum Beispiel IC auch auf die Art und Weise anzeigen lassen, indem wir sagen, der Strom des Transistors, der heißt Q1 und zwar davon der IC. Das ist jetzt in unserem Beispiel der gleiche. Was wir auch noch finden, ist zum Beispiel P's. P's sind Leistungen. Also wir können uns jetzt direkt die Leistung an Q1, das ist die Leistung am Transistor, anzeigen lassen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Und wenn wir jetzt auf Simulieren klicken, dann sehen wir das, was wir erwartet haben. Das hier ist diese Parabel, von der ich vorhin mal gesprochen habe. Die stimmt natürlich nur in dem Bereich, wo unsere Grenzannahmen auch stimmen. Also das heißt, nur in dem Bereich, wo die Schaltung auch wirklich funktioniert und unsere ganzen Annahmen zutreffen, ist es dann wirklich eine Parabel. Aber wir sehen in diesem Bereich, ist es die Parabel mit einem Maximum. Und wir sehen auch grob, dass dieses Maximum bei irgendwie 50 mW liegt. Wenn ich mal einen Marker drauf ziehe, sehen wir es genauer und stellen fest, yo, Y2, das hier ist der, um den es geht. Wir haben hier als maximalen Wert so einen Wert von Pi mal Daumen 48,2 mW. Also dafür, dass wir 48 mW ausgerechnet haben, unter stark idealisierten Bedingungen, ist das doch eigentlich ein sehr, sehr, sehr gutes Ergebnis. Wir können uns auf jeden Fall sicher sein, dass die Schaltung so funktioniert. Und noch mal ein kleines Beispiel für Fall 2, wo jetzt die Last eine konstante Spannung hat, beziehungsweise an der Last eine konstante Spannung abfällt. In dem Beispiel habe ich jetzt mal zwei Dioden genommen, die sind jetzt beide blau. Blaue LEDs haben eine Flussspannung, hatten wir in anderen Videos schon mal, von ungefähr 3,45 Volt. Zumindest in Multisim. Man müsste jetzt mal ins Datenblatt der echten LED gucken, wie es dann passt. Ich habe davon zwei in Reihe, das heißt, meine Last hat eine Spannung oder an der Last fällt eine Spannung ab von 2 mal 3,45 Volt. Das sind 6,9 Volt. Den Emitterwiderstand habe ich gleich gelassen. Der ist 70 Ohm. Und die Betriebsspannung habe ich auch gleich gelassen. Das sind 9 Volt. Wenn ich jetzt mal ausrechne, wie groß die maximale Leistung an dem Transistor ist, dann hätte ich jetzt folgendes. UB minus UL Quadrat durch 4 RE. UB sind jetzt 9 Volt. Lastspannung sind 6,9 Volt. Das Ganze quadriert durch 4 mal 70. 4 mal 70 sind 280 Ohm. Und 9 Volt minus 6,9 Volt sind 2,1 Volt. Also stehen hier 2,1 Volt quadriert durch 280. 2,1 Quadriert sind 4,41. Also haben wir hier 4,41 Volt Quadrat durch 280. Und 4,41 durch 280 sind ungefähr 0,016. Ja, passt das bestimmt. 0,016 Watt. Oder auch 16 Milliwatt. Jetzt nicht ganz hart gerundet. Wir sehen also, maximal fällt kaum Leistung an diesem Transistor ab. Noch viel weniger als im ersten Beispiel. Und jetzt können wir auch hier wieder gucken, ob das in der Simulation halbwegs passt. Dazu der obligatorische Wechsel nach Multisim. Hier wieder aufgebaut. Der gleiche Transistor wie vorher. 70 Ohm Emitterwiderstand. 9 Volt Betriebsspannung. Und gleiches Spiel wie eben. Ich simuliere wieder den Arbeitspunkt, drehe an der Quelle UE, variiere die, dass der Bereich, den ich haben will, rauskommt. Ich gebe mir wieder die Leistung des Transistors Q1 aus. Und das Ganze sieht dann so aus. Was wir sehen, ist wieder die Parabel. Die ist, wenn man so ganz genau hinguckt, nicht mehr so ganz Parabelartig. Das liegt daran, dass eben auch die Spannung nicht wirklich konstant ist an den Dioden, sondern sich dann schon irgendwie so leicht ändert. Aber wir sehen, wenn wir einen Marker jetzt mal aufs Maximum setzen, dass unsere Berechnung mit ungefähr 16 Milliwatt ja doch eigentlich hier sehr gut hinkommt. Wir sind hier so bei maximal 16,5 Milliwatt. Also auch hier dafür, dass wir unter sehr, sehr idealen Bedingungen rechnen und das Simulationsprogramm natürlich viel, viel komplexere Bauteilmodelle hinterlegt hat, ist die Näherung extrem gut gelungen. Auch hier können wir also sicher sein, die Schaltung brennt uns zumindest nicht ab.